Heute möchte ich euch die fünfte 20-Euro-Münze für das Jahr 2017 vorstellen. Sie wird zum 300. Geburtstag von Johann Joachim Winkelmann herausgegeben. Geboren wurde er am 9. Dezember 1717, gestorben am 8. Juni 1768. Johann Joachim Winkelmann war deutscher Archäologe, Bibliothekar und Antiquar und er gilt mit als Begründer der wissenschaftlichen Archäologie und Kunstgeschichte. Zur Münze selbst. Sie hat wieder das Nominal von 20 Euro, wird in 925er Silber geprägt mit einem Gewicht von 18 Gramm. Die Auflage wird vermutlich ähnlich wie bei den 20-Euro-Münzen im letzten Jahr zwischen 800.000 und 1 Million Stück liegen. Damit bedanke ich mich auch schon fürs Zusehen. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen und weiter geht es dann mit den 29-Euro-Münzen im kommenden Jahr. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr bei meinen anderen Videos mit dabei seid und sage einfach mal bis dahin Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank.